Es ist auf jeden Fall schon, dass man ziemlich stolz ist, dass man so gut sein Land repräsentiert hat. Es ist einfach dann, dass wirklich deine Hymne da läuft und nicht von irgendeinem anderen Land. Es ist einfach ein grandioses Gefühl. Ich bin sehr stolz drauf. Das ist jetzt harte Arbeit, die da reingegangen ist und jetzt wurde es ja endlich mal belohnt. Also im Skicross geht es darum, dass wir nicht wie im Alpinen alleine, sondern zu viert in die Strecke starten und wir auch mehr mit Wellen und Sprüngen zu tun haben. Und dabei geht es dann darum, die besten zwei kommen immer eine Runde weiter, bis man dann im großen Finale steht und da geht es dann um die Platzierung. Also das Taktischste daran ist, glaube ich, vor allem, dass oben am Start, was für einen Gate man auswählt. Da geht es dann halt darum, was für eine Farbe vom Leibermann hat. Je nachdem daran darf man auswählen, was für einen Gate man nimmt. Und da geht es dann ein bisschen darum, wie die erste Kurve geht, wo man lieber hingeht. Ne, es war jetzt schon ziemlich kalt. Das haben wir normalerweise jetzt nicht so kalt. Aber dafür war auch einfach eine sehr schöne, harte Piste da, wodurch die Piste auch relativ gut gehalten hat. Ja, es ist auf jeden Fall ein Grund, dass ich dieses Sport ausgewählt habe. Aber auch einfach, dass man direkt eben dieses Feedback dann von den Gegnern wiederkriegt, was man gut macht, was man besser noch machen muss. Und man direkt im Ziel schon weiß, wo man steht. Es ist schon sehr geil, wenn man so ein Team hat, was so hinter einem steht und auch einfach für dich sich freut. Und das ist sehr schön. Ich finde, das ist schon sehr schön hier einfach. Dann lernt man viel mehr auch die anderen Sportarten kennen, die jetzt halt auch nicht so in deiner Region sind. Und das ist einfach schön, da ein bisschen internationaler auch zu werden, auch andere Länder kennenlernen. Und einfach unsere Unterkunft ist auch sehr schön gebaut mit unseren Zimmern. Ist geil gemacht alles. Ich komme aus Rosenheim. Meine Eltern und auch meine Schwester und auch Großeltern und alle sind heute Nacht extra aufgestanden, um das über einen Livestream zu verfolgen, wie es bei mir heute läuft. Und alle dann auch ganz lieb mir gleich geschrieben. Das ist einfach guter Support von daheim auch. Es ist auf jeden Fall schon, dass man ziemlich stolz ist, dass man so gut sein Land repräsentiert hat. Es ist einfach dann, dass wirklich deine Hymne da läuft und nicht von irgendeinem anderen Land. Es ist einfach ein grandioses Gefühl. Das wäre auf jeden Fall der Plan und auch der Traum. Dafür werde ich weiter hart arbeiten. Dann eines Tages wird es hoffentlich soweit sein. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.